Hallo, herzlich willkommen zur siebten Vorlesung. Wir sind jetzt so in der Mitte des Semesters etwa angelangt und wir sind auch in der Mitte des 20. Jahrhunderts angelangt. Die Vorlesung heute wird das Jahr 1970 herum enden. Ich möchte heute die Diskussion des Neo-Aristotalismus fortsetzen. Wir haben ja in der letzten Woche gesehen, in der letzten Vorlesung, wie sich dieses Paradigma herausbildet bei Weichels, Briggins und so weiter, wie da auch große Forschungsprojekte entstehen zur amerikanischen Redekultur dann in den 1940er Jahren und wie dieses Paradigma dann Ende der 40er Jahre letztlich auch so übergeht, eigentlich in eine Art Lehrbuchkultur. Also das ist dann die Methode, die eben auch an den Universitäten gelehrt wird. Wie analysiert man eine Rede? In der Zeit war es eben das neo-aristotelische Paradigma. Heute geht es um drei Dinge nochmal. Ich möchte Ihnen zuerst nochmal tatsächlich eine konkrete Redeanalyse vorstellen, sodass Sie auch sehen, wie das konkret funktioniert in der Praxis. Und es gibt eine Redeanalyse, die man immer wieder als so ein Modell neo-aristotelischer Redeanalyse gesehen hat, Marie Hockmuth-Analyse von Lincolns First Inaugural, also Lincolns erste Antrittsrede. Der Text von Marie Hockmuth stammt von 1954. Also das ist der Höhepunkt dieses Modells, der Redeanalyse. Dann gibt es natürlich auch Kritik an dem Modell. Dafür ist ganz zentral Edwin Black, das Buch Rhetorical Criticism von 1965. Da werde ich die zentralen Punkte vorstellen, der Kritik an dem Modell. Und Ihnen auch vorstellen, was Edwin Black so ein bisschen rudimentär, kann man sagen, als Gegenmodell entwirft. So eine eher skizzenartig entwirft, aber das ist dann ein Modell, was dann im Grunde weitergeht in die über Lloyd-Bitzer Rhetorical Situation von 1968 dann in die 70er Jahre hinein. Und das werden wir in einer der nächsten Folies und dann auch weiter uns anschauen, welche Entwicklungen es dort gibt. Also eine ganz entscheidende Figur, so eine Scharnierfigur letztlich, der ganz stark in die Zukunft den Gang der Rhetoriktheorie verändert hat. Eine ungemein einschlussreiche Figur, Edwin Black. Am Ende dann werde ich Ihnen zwei Bücher noch vorstellen. Aktuelle Lehrbücher zu dem, was heute Rhetorical Criticism heißt. Da werden wir ganz kurz oberflächlich reingucken. Vor allem in ein Buch, um mal zu sehen, welche Methoden gibt es eigentlich heute. Also nur so in Form von Überschriften. Und auch um zu sehen, welchen Stellenwert hat eigentlich die neo-aristotelische Rhetorik heute sozusagen im Kanon der Methoden der Analyse rhetorischer Artefakte. Und das ist dann heute im Grunde die Struktur der heutigen Vorlesung. An der Einleitung sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Dann kommt Marie Hockmuth, dieser klassische Text, Edwin Black, Rhetorical Criticism. Dann kommen diese zwei Bücher. Und am Ende ende ich mit auch noch mal einem Aufsatz von 1971, wo noch mal so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht wird über den aktuellen Stand der Diskussion im Bereich Rhetorical Criticism. Damit endet es dann und in der nächsten Woche geht es dann mit dem Thema U-Rhetorik weiter. Damit zu Marie Hockmuth. Also ein ganz konkreter Fall will ich Ihnen vorstellen. Marie Hockmuth verbrachte ihr Forscherleben als Professorin an der University of Illinois in Urbana-Champaign. Die Universität, die wir jetzt schon kennen, ist tatsächlich in diesen Jahren eine ganz wichtige Universität. Waren ganz viele berühmte und wichtige Leute. Ich habe Ihnen links in der Spalte ein paar der Aufsätze, also Titel, abgedruckt, weil ich finde, dass Marie Hockmuth, die dann später heiratet, dann Hockmuth Nichols heißt, eine ganz interessante Figur ist in der Rhetorikforschung dieser Jahre. Die hat einerseits den dritten Band dieses Brigands-Projekts herausgegeben, hat in den ersten zwei Bänden auch Aufsätze vorgelegt, hat diese Studie über Lincoln's First Inaugural vorgelegt, 1954. Also so ganz klassische Redeanalysen in dieser neo-aristotelischen Tradition, sehr gediegen, sehr klassisch irgendwie gemacht, auch sehr gut geschrieben. Sie hat aber auch was anderes gemacht, denn sie hat zwei extrem einflussreiche Aufsätze geschrieben. A. 1952 im Quarterly Journal of Speech, Kenneth Burke and the New Rhetoric. Das ist vielleicht der erste, der früheste Aufsatz, in dem Burke für so etwas wie eine New Rhetoric reklamiert wird. Und das ist ein Aufsatz, der ganz wichtig ist, weil der so Textstellen von Burke zusammenstellt und eigentlich sozusagen Burke, dieses sehr unübersichtliche Werk und auch unüberschaubare Werk, eigentlich dann so vermittelt an die rhetorische Fachcommunity dieser Jahre. Und das hat sie sechs Jahre später, 1958, noch einmal gemacht, mit einem zweiten Aufsatz, Ivo Armstrong Richards and the New Rhetoric. Also da zwei extrem wichtige Aufsätze, die sozusagen das Gedankengut dieser zwei Forscher an die rhetorische Fachcommunity vermitteln, im Aufbau eben einer New Rhetoric. Und da ist sie ganz modern, da ist sie wirklich unglaublich am Puls der Zeit. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, was die in den 50ern dort vorliegt. Und damit zu Lincolns Antrittsrede. Hier sehen Sie eine historische Aufnahme von dem Tag der Vereidigung und dann kommt danach ja die Inauguration Speech am 4. März 1861. Lincoln wird dort vereidigt zum 16. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist der Ort, an dem das heute im Grunde ganz ähnlich immer noch gemacht wird, Kapitol in den USA. Nun Sie sehen, rechts oben hat es noch so ein Baugerüst. Das Kapitol war damals noch nicht ganz fertig. Das war gerade noch im Bau, als Lincoln dort vereidigt wird. Ich werde jetzt im Folgenden auf diesen Aufsatz eingehen und ich werde nicht auf jedes Detail eingehen können. Ich glaube, das ist klar, der Aufsatz hat 50 Seiten. Das ist ein sehr umfangreicher Aufsatz, eine sehr umfangreiche, auch detaillierte Arbeit. Mir geht es auch mehr darum, wie dieser Aufsatz eigentlich grob aufgebaut ist. Also wie eigentlich so eine typische Struktur einer neoaristotelischen Redeanalyse eigentlich aussieht. Und sie hat den Aufsatz in zwei Teile gegliedert, auch tatsächlich mit Überschriften so, also ganz explizit. Der erste Teil ist wesentlich historisch. Da werden eben die historischen Kontexte aufgearbeitet, auch die Kontexte, die sozusagen vor der Rede liegen. Lincolns Wahl zum Präsidenten, wie er dann nach Washington fuhr. Es wird auch so ein Klima, eine Atmosphäre geschildert. Und sozusagen die Bevorstehende, die Separation des Südens vom Norden, der bevorstehende Bürgerkrieg im Grunde, der wenig später dann auch anfängt. Also das Vorfeld des amerikanischen Bürgerkriegs. Das macht sie am Anfang und dann schildert sie sehr anschaulich und sehr atmosphärisch dicht. Im Grunde wie eine sehr gut gemachte Reportage. Auch mit einem literarischen Anspruch, das ist einfach super toll geschrieben und kann man wahnsinnig gut lesen, wie Lincoln seine Rede hält. Sie schildert auch, atmosphäre sticht diese Situation. Man hat eigentlich an dem Tag mit einem Attentatsversuch auf Lincoln mehr oder weniger fest gerechnet. Und diese Atmosphäre schildert sie. Es geht auch zum Beispiel ein auf Lincolns Kleidung, auf den Anzug, den Lincoln an diesem Tag trug. Also auch da durchaus mit einem Bewusstsein für die Details, die dann auch wichtig sind. Sie geht intensiv ein auf die Art des Vortrages, auf die Publikumsreaktion. Die Rede wird dann in der Mitte dieses ersten Teils abgedruckt in voller Länge. Dann hat man die Rede, die erhält im Grunde. Sie geht dann ein auf das Verfassen der Rede, auf die Entstehung. Lincoln hat etwa sechs Wochen an der Rede gearbeitet. Man kann auch ganz klar sagen, welche Werke er benutzt, also was eingeflossen ist in die Rede. Die Quellenlage ist hier einfach sehr, sehr günstig. Sie geht ein auf die Einflüsse von Bekannten und von Beratern, wie sich diese Gespräche, die Lincoln führte, dann auch ganz konkret manifestieren im Text der Rede. Da gibt es eben Manuskripte, heute noch verschiedene Fassungen, an denen man nachvollziehen kann, sozusagen die Arbeit am Manuskript dieser Rede. Und hier zieht sie eben vor allem Biografien und andere Zeugnisse heran. Für diesen ersten Teil dieser Atmosphäre auch tatsächlich sehr viel Zeitungsmaterial. Und das ist alles sehr aufwendig gemacht in der Quellenrecherche. Sehr, sehr, ja, unglaublich gründlich dafür. Man muss sich überlegen, 1954 gab es das Internet auch noch nicht. Und überhaupt an diese historischen Zeitungen zu kommen, war nicht sehr einfach. Und das macht sie sozusagen wirklich mit einer unglaublichen Detailbesessenheit, kann man sagen. Sie geht ein, am Ende, auf die landesweite Wirkung dieser Rede. Die Rede wird durch die Telegrafen übertragen, sehr schnell. Also diese Medien, diese elektrischen Medien gab es damals schon. Die Rede wird dann übertragen in andere Bundesstaaten, in andere Städte. Wird dort gleich abgedruckt, schnell, am Tag drauf in den Zeitungen. Und sie schildert dann auch so Szenerien von emphatischen Lesen, also eine emphatische Aneignung dieser Rede teilweise durch das gemeinsame Lesen und Vorlesen in Gruppen, in Familien. Und das zeichnet sich auch sehr, sehr intensiv nach, wie diese Rede sozusagen angeeignet wird. Und sie zeichnet auch ganz intensiv nach, die Differenz der Rezeption im Süden und Norden der USA. Also es gibt sozusagen in diesem ersten Teil eigentlich eine ganz klare Struktur, Situation, Setting, Text der Rede, Entstehung der Rede, Rezeption der Rede. Also ganz klassischer neo-aristrotelischer Aufbau eigentlich wie aus dem Lehrbuch. Und das macht diese Analyse eben auch zu so einer Musteranalyse. Dann kommen wir zum zweiten Teil, in dem Marie Hockmuth dann sozusagen auf die Rhetorik kommt. Und da ist es so, dass sie am Anfang vor allem nochmal sagt, ja, was machen eigentlich Historiker, was machen Literaturwissenschaftler und was macht eigentlich eine Rhetorikerin als Interpretin einer Rede? Und sie betont sozusagen in dieser Tradition, die von Weichel uns herkommt, eben im Grunde auch nochmal die Eigenständigkeit dieses neo-aristotelischen Zugangs, die Eigenständigkeit des Faches Rhetorik, dass Rhetoriker doch einen anderen Zugang noch einmal zu reden haben und es nicht einfach austauschbar ist mit dem, was Historiker zum Beispiel machen. Da gibt es ein Zitat, das ich jetzt nicht wohl lese, sondern nur so ein wenig paraphrasiere. Sie können es ja selber lesen. Sie sagt, ein Historiker lese die Rede als Force in the Shaping of American Culture. Eine Literaturwissenschaftlerin schaue auf den Enduring Worth des Textes als Literatur. Eine Rhetorikerin dagegen analysiert die Rede Lincolns als mündliche Rede vor einem bestimmten Publikum. Und dafür sagt sie, braucht die Rhetorik eigene Methoden und indem man diese Methoden anwendet, und ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, was da ihre Fragen eigentlich sind an den Text, sagt sie, indem man diese spezifischen Methoden der Rhetorik anwendet, kann man die verfügbaren Mittel der Persuasion identifizieren, the available means of persuasion, und man kann die Rede damit evaluieren, beurteilen. Evaluating their worth. Und dieses Zitat, available means of persuasion, ist ja im Grunde ein Aristoteles-Zitat. Das ist eine genaue Übersetzung dieser ganz berühmten Passage aus dem ersten Buch der aristotelischen Rhetorik 1.2.1, wo Aristoteles eben die Rhetorik definiert. In diesem Zitat, was ich gerade paraphrasiert habe, hat es einige Zitate drin, das ist das, was in dem Zitat zitiert wird, dessen Zitate aus dem Einleitungskapitel dieses Bandes, der Band hieß American Speeches, war also im Grunde so eine Fortsetzung dieser Briggans-Bände, nur mit anderen Reden und anderen Autoren, Autorinnen. Und in dem Einleitungskapitel von Wayland-Maxfield-Parish, das ist auch ein sehr klassischer neo-aristotelischer Theorie-Text zur Analyse von Reden, stehen eben diese Zitate, die sie hier in dieser Rede praktisch mit einfließen lässt. Folgende Punkte werden dann in der rhetorischen Analyse abgedeckt, und das werde ich so ein bisschen schnell durchgehen. Sie fragt, ja, was war eigentlich Lincolns Ziel, was wollte er mit der Rede erreichen? Ganz klar, das ist eine rhetorische Frage, was will ein Redner mit einer Rede erreichen? Wie beeinflusst das Ziel Lincolns Wahl der Überzeugungsmittel? Also das ist sozusagen eine Frage nach der Strategie, der Strategiebegriff fällt auch tatsächlich hier. Und sie sagt, ja, die zentrale Strategie von Lincoln basiert eben auf dem Ethos. Er verfolgt eine Ethos-Strategie, so etwas wie eine Strategie sozusagen, die aufbaut auf seiner persönlichen Integrität. Er vermeidet alles, was nach Zwang aussieht, in dieser Situation. Bürgerkrieg steht im Raum im Grunde schon fast. Er sei conciliating and mild. Er versuche sich sozusagen zu inszenieren in der Rede als ein unparteiischer Hürer. Also das ist sozusagen für diese Ethos-Strategie, die Lincoln in der Rede fährt ganz zentral. Und am Schluss gibt es eben auch noch einen Appell an die Emotionen. Und sie sagt im Grunde, das ist eine perfekte Mischung aus Ethos, Pathos und Logos. Und diese perfekte Mischung macht diese Rede eben zum rhetorischen Meisterwerk. Und hier kann man eben auch sehen, Ethos, Pathos, Logos kommt vor. Auch diese Kategorien aus der aristotelischen Rhetorik sind ganz grundlegend für die Analyse dieser Rede. Und sie geht dann ein noch auf Lincoln's Stil. Es ist ja auch ganz charakteristisch für diese neo-aristotelischen Analysen, und dass der Stil eine ganz entscheidende Rolle auch spielt. Und sie sagt, ja, Lincoln versucht eben durch eine gewisse Direktheit des Stiles seine Zuhörerschaft im Grunde regelrecht zu kontrollieren, das Verhalten der Zuhörerschaft auch durch Wörter, die spezifische Emotionen hervorheben. Das wird nicht wirklich richtig begründet in dem Text, aber das ist so die Idee, dass der Stil und das Ziel der Rede sozusagen in einer ganz engen funktionalen Klammer im Grunde stehen. Dann geht sie am Ende noch dieses zweiten Teiles tatsächlich ein auf die Pathoserregung am Schluss. Und da verbindet sie den ersten mit dem zweiten Teil und sie geht noch mal auf die Ebene der Handschriften zurück und sie kann da noch mal zeigen, was Lincoln eigentlich alles in der letzten Fassung seiner Rede noch mal so abgeändert hat. Das ist also auch sehr interessant, wie man sozusagen Handschriften befunde, dann mit so rhetorischen Strategien noch einmal zusammen, bringen kann. Und sie sagt eben auch im Grunde, das ist Lincolns Meisterschaft, dass er am Ende dann noch mal diesen emotionalen Appell gefahren hat. Und das ist eben etwas, was erst ganz am Ende der Arbeit an dieser Rede kommt. Damit zu diesem Modell. Und ich würde Ihnen wirklich mal empfehlen, lesen Sie mal diese Analyse. Da kann man auch handwerklich sehr schön sehen, wie man so eine klassische Redeanalyse tatsächlich macht und welche Gesichtspunkte man dort berücksichtigen kann. Damit vom Höhepunkt zur Kritik, zur Kritik am Neo-Aristotalismus bei Edwin Black. Zunächst vielleicht, wer war das? Edwin Black kommt aus der Cornell School of Rhetoric, werde ich gleich noch darauf eingehen, macht sein Ph.D. dort, ist dann an verschiedenen Universitäten und dann eben vor allem an der University of Wisconsin-Madison. Dort war Lloyd Bitzer übrigens sein Kollege, die haben viele Jahrzehnte sehr eng miteinander zusammengearbeitet. Er hat verschiedene Publikationen vorgelegt, unter anderem eben dieses Buch, worum es jetzt gleich geht. Er war auch beteiligt, zusammen mit Bitzer dann 1971, an diesem Buch The Prospect of Rhetoric, worauf ich auch noch eingehen werde in einer der folgenden Folies, diese große Bestandsaufnahme der Rhetorikforschung. Und er hat auch einen wichtigen Aufsatz geschrieben, der Second Persona, auf den werde ich im Verlauf der Vorlesung auch noch eingehen. Der ist ganz wichtig für das, was man manchmal nennt konstitutive Rhetorik. Also einer der wichtigsten Theoretiker der 60er und 70er und 80er Jahre hat, wie gesagt, den Cornell promoviert. Interessanterweise bei Herbert Weichelns. Und man kann eigentlich sagen, dieses Buch, was er geschrieben hat, stellt im Grunde die Grundlagen, dessen radikal in Frage, was sozusagen Weichelns in The Literary Criticism of Oratory formuliert hat. Also wenn man will, eigentlich ist es so eine Art Vatermord. Weichelns scheint ihm das aber nicht nachgetragen zu haben, deren Verhältnis war irgendwie bestens, aber eigentlich ist es, dieses Buch macht das, was man eigentlich sozusagen nicht macht, nämlich die radikale Kritik an seinem akademischen Lehrer zu üben. Das macht er. Das Werk kommt also mit einem ganz elegant, einfachen Titel daher. Ich wollte es Ihnen eigentlich auch nochmal zeigen. Hier hinten habe ich es. Ist nicht sehr dick. Relativ dünnes Buch. Mal gucken, wie viele Seiten das hat. 177 Seiten. Dünnes Buch. Aber mit umso sozusagen tatsächlich inhaltlich gewichtigen Kritikpunkten. Study in Method ist der Untertitel dieses Buches und es zeugt schon davon, dass im Grunde das, was Black macht in diesem Buch, im Grunde eigentlich ein philosophisches Unternehmen ist. Er hat auch Philosophie studiert und was er eigentlich macht, ist eine konsequente Meta-Ebene zu einnehmen. Das ist eigentlich eine Meta-Kritik am Neo-Aristotalismus. Und Black arbeitet sich vor allem an den drei Bänden, der von Briggins und später Hockmuth herausgegebenen History and Criticism of American Public Address ab. Also da aus dem Buch nimmt er verschiedene Redeanalysen und die kritisiert er dann auf Schwachstellen hin. Er nimmt sich also im Grunde das, wenn man so will, Blackship der amerikanischen Rhetorikforschung für seine Kritik vor. Und ich werde diese Kritikpunkte Ihnen, hier sieht man nochmal das Titelblatt tatsächlich, A Study in Method, hier die Kritikpunkte nochmal so ein bisschen zusammenstellen. Das ist eine Kritik, die manchmal nicht sehr systematisch geäußert wird in dem Buch. Und ich stelle Ihnen das so ein bisschen vor aus verschiedenen Teilen des Buches. Und es sind vor allem drei Punkte, denke ich, die wichtig sind und die sozusagen in den Kern des Neo-Aristotalismus zielen. Nämlich das erste ist Kritik am Wirkungsbegriff des Neo-Aristotalismus. Und er sagt, neo-aristotelische Analysen sind auf den Sprecher, den Redner und dessen unmittelbare Wirkung auf das Publikum zentriert. Ob das Publikum jetzt vor Ort ist oder nicht, aber Publikum, Adressaten sind wichtig. Flecks Kritik ist, dass sich weitergehende Wirkung von Reden mit diesem Konzept nicht adäquat beschreiben lassen. Also am Ende geht es doch darum, wie wir das bei Hockmark gesehen haben, die unmittelbare Rezeption der Rede vor Ort, also vor dem Kapitol. Und dann tatsächlich das, was vielleicht einen Tag oder zwei Tage später passiert dann, wenn die Rede dann in der Presse abgedruckt wird und dann aber auch gelesen wird, auch ja in so einer Art Performance-Situation, wenn dann in der Gruppe gelesen wird, die Rede vorgelesen wird, dann ist er zwar nicht mehr genau an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, in dem Lincoln seine Rede hält, aber es wird doch auch wieder so eine sozusagen momentane Situation kreiert. Und auf solche momentanen Situationen hat sich eben der Neo-Aristotalismus wesentlich kritisiert. Und Black führt hier ein Beispiel an, was relativ schlagend ist, eine Rede von John J. Chapman von 1912. die nach neo-aristotelischen Maßstäben ein rhetorischer Misserfolg war. Denn die Rede fand nur drei Zuhörer. Wird auch nichts berichtet über die Rede oder ganz wenig berichtet. Die war einfach ein rhetorischer Misserfolg. Wenn man aber, sagt er, die Perspektive auf die Rede verändere und von der Frage nach eben der unmittelbaren Wirkung wegkomme, dann sei diese Rede, in der es um einen Lynch-Mord an einem African-American geht, ein bewegendes Zeugnis tatsächlich für so etwas wie eine moralische Erfahrung in Amerika seit dem 18. Jahrhundert. Also wenn man sozusagen die Perspektive etwas erweitert und sagt, ja, wofür steht die Rede eigentlich, dann steht sie für eine moralische Erfahrung in Amerika seit dem 18. Jahrhundert. Und solche Qualitäten, die die Rede eben auch hat, und das sind keine literarischen Qualitäten, sondern es ist sozusagen, dass eine moralische Erfahrung, eine Erfahrungsqualität hier transportiert wird, solche Qualitäten werden eben mit dem Modell des Neo-Aristotalismus nicht erfasst, weil der Neo-Aristotalismus eben von diesem Fixierung auf den konkreten Moment nicht hinaus hinwegkommt, nicht hinausgeht darüber. Der zweite Punkt ist Kritik am Primat der Rationalität. Black kritisiert am Neo-Aristotalismus das ihm zugrunde liegende Menschenbild letztlich, das den Menschen als rationales Wesen beschreibe. In der Hierarchie der drei Beweismittel, Logos, Ethos und Pathos, sei der Logos stets immer das ganz oben angesiedelte Beweismittel, während andere sozusagen nur derivativ gedacht seien, unterstützende Funktion haben. Dem entspreche auch eine unzutreffende Konzeption des Publikums bei Aristoteles, des Publikums als rationaler Entscheider. Bei Aristoteles lautet der entscheidende griechische Begriff ist es der des Kritees, der Kritees als tatsächlich Beurteiler, der aufgrund von Kriterien urteilt. Das ist also ein Publikum, was auch Urteilsfähigkeit hat, bei dem Urteilsfähigkeit vorausgesetzt werden kann. Das ist tatsächlich zutreffend, da hat er schon recht, dieses neo-aristotelische Modell des Publikums, was sehr sozusagen rational gedacht ist. Und der neo-aristotelismus schreibt er, lege eben hier ein letztlich normatives Menschenbild zugrunde und gebe dies aber als lediglich deskriptiv aus. Also das ist im Grunde ein blinder Fleck im neo-aristotelismus. Für die Beschreibung emotionaler Stilwirkung habe der neo-aristotelismus aber auch gar kein Vokabular. Und es gebe auch Reden, unterdenkt er speziell eine Rede von William Lloyd Garrison zum Thema Abolitionismus. Die primär emotional wirkten und gar nicht auf Überzeugung zielten. Die Rede von Garrison ist vielmehr baut auf der geteilten Überzeugung zwischen Redner und Publikum auf. Also das wird im Grunde vorausgesetzt. Da gibt es gar keinen Wechsel oder gar keine Attitude-Change mehr. Die geteilte Überzeugung ist eben Voraussetzung für die emotionale Wirkung der Rede, die im Grunde nur rein emotional wirkt. Da gibt es eigentlich gar kein Argument und es muss gar kein Wechsel mehr stattfinden. Mit dem neo-aristotelischen Set an Begriffen schreibt Black, könne man aber die Wirkung von solchen Reden adäquat gar nicht beschreiben. Das dritte Punkt ist Kritik an der Konzeption rhetorischer Intentionalität. Black beginnt hier die Diskussion mit der grundlegenden Definition der Rhetorik. Discourse that aims to influence fragt sich hier, was heißt eigentlich Influence? Was heißt Intentionalität? Er sagt, ja, der Neo-aristotelismus analysiert ja Texte. Aber Intentionalität ist gar keine Eigenschaft von Texten, sondern ein mentaler Zustand einer Person, nämlich des Redners. Das heißt, was wir da eigentlich haben, ist eine Art Kategorienfehler im Neo-aristotelismus. Wie aber kann man überhaupt so einen mentalen Zustand analysieren? Wie funktioniert das überhaupt? Und das ist, finde ich, ein sehr blaues Argument, ein sehr gutes Argument. Er sagt, manchmal gäbe es eben auch Texte, denen man gar nicht ansieht, dass sie eine persuasive Intention hätten. Und man kommt nur drauf, dass der Redner so eine persuasive Intention hatte, indem man zum Beispiel Tagebücher und Briefe liest und da rauskommt, okay, der wollte mit seiner Rede etwas Spezifisches bezwecken, aus dem Text selber, in der Analyse des Textes, Text immanent, findet man da aber gar keine Indizien, Textsignale für. Und das betrifft auch diese Kritik auf die sprachphilosophischen Grundannahmen des Neo-Aristotelismus, wie sie etwa Weichelns, ein akademischer Lehrer, beschrieben hatte. Die Idee, dass Sprache innere Bewusstseinszustände einfach und unverstellt repräsentiert und dass man durch die Analyse sprachlicher Phänomene sozusagen auf innere Zustände dann schließen kann. Und das ist ja das, beim sozusagen Ergründen, wenn man so will, von Intentionalität, braucht man eigentlich so ein Sprachkonzept, in dem er sagt, ja, die Rede ist eigentlich Indiz für einen mentalen Zustand. Und er sagt, so ein sprachphilosophisches Konzept ist eigentlich völlig naiv. So funktioniert Sprache nicht und man braucht ein anderes Sprachkonzept. Und das ist auch etwas, was ist schon ein Argument, das ist ein sehr schlaues und auch sehr vernichtendes Argument letztlich. Black hat dann am Schluss seines Buches eine Skizze eines sozusagen rhetorischen Kommunikationsmodells eingefügt, ein Modell der Rhetorical Transaction. Auf dieses Modell will ich jetzt auch noch mal kurz eingehen, weil es die Diskussion um Methoden des Rhetorical Criticism über den Einzeltext, über die Einzelrede, auch in ihrer Singularität hinwegführt, auf eine abstraktere Betrachtungsebene auch von solchen Mustern und auch von Genres. Und auch da bricht er natürlich mit dem Neo-Aristotalismus, weil beim Neo-Aristotalismus geht es eben immer um Einzelredenanalysen. Wichtig ist das zu sehen, dass Black tatsächlich nur eine Skizze geliefert hat in seinem Buch, eine allererste Skizze. Und dieses Modell ist leider, muss man sagen, nicht wirklich ausgearbeitet in dem Buch und er hat es leider auch später nicht nachgelegt. Eingeflossen sind eine Überlegung, aber unter anderem in Diskussionen, die wir dann seit den 70er Jahren und bis in die 80er hinein haben, die werde ich auch vorstellen noch in einer der folgenden Vorlesungen in die sogenannte Rhetorical Genre Theory. Da gibt es einen berühmten Aufsatz von Caroline Corse Campbell und Kathleen Paul Jamies und zwei wichtigen Brauen der amerikanischen Rhetorikforschung, die so ein bisschen an Lloyd Bitzer Überlegungen zur Rhetorical Situation, der berühmte Aufsatz von 68, anknüpfen und da überlegen, so Überlegungen anstellen zu rhetorischen Genres. Also Genres zum Beispiel Concession Speech, also die Rede, die der amerikanische Präsident, der noch Amtsinhaber normalerweise hält, wenn er eingesteht, dass er die Wahl verloren hat. Dann ist es rituell üblich, dass man so eine Concession Speech hält. Und man kann dann natürlich eine Einzelrede analysieren, das wäre der leo-aristotelische Ansatz. Man kann aber auch natürlich die Gattung der Concession Speech analysieren und das ist das, was die dann seit den 1970er Jahren machen und dafür hat Edwin Black mit diesem Modell der Rhetorical Transaction sozusagen ganz entscheidende Impulse geliefert, auch wenn er das Modell nicht wirklich ausgeführt hat. Vier Punkte sind vielleicht wichtig bei diesem Modell. Black sagt, es gibt eine begrenzte Anzahl von Situationen, in denen ein Redner sich befinden kann. Also es gibt so typische Situationen. Man kann auch aufstellen, eine Typologie solcher Situationen. Dann gibt es zweitens eine begrenzte Anzahl von Wegen, also Modi, auf denen ein Redner rhetorisch dann rednerisch auf so einen Situationstyp antworten kann. Die begrenzte Anzahl von Situationen erzeugt also eine begrenzte Anzahl charakteristischer Antworten. Es geht auch tatsächlich um solche Musterbildung. Es gibt eben, sagt er, nur eine begrenzte Anzahl rhetorischer Strategien, die dem Redner dann in einer bestimmten Situation zur Verfügung stehen und Aufgabe des Rhetorikers. Als Forscher ist es eben, charakteristische Strategien herauszuarbeiten, die für die jeweiligen Situationen stehen. Also hier sieht man, dass das ganz klar über die Fixierung auf die Einzelrede hinausgeht, hin auf solche Musterbildung. Drittens, durch die Rhetorikgeschichte hindurch gibt es dann eine Wiederkehr, also diese Recurrence, ähnliche Situation. Der Rhetoriker, also der Kritik, kann sich daraus informieren über das begrenzte Repertoire an rhetorischen Antworten zu einer bestimmten Zeit und dann über die Zeiten hinweg. Dazu kann man dann viertens Typen bilden, schreibt Black. Black nennt das Congregations of Rhetorical Discourses, also Ansammlungen, wörtlich heißt das ja Gemeinden des rhetorischen Diskurses. Die Idee ist hier, dass es wiederkehrende, dass diese wiederkehrenden Muster die Annahme ähnlicher Wirkung auf ähnliche Publika begründen können. Und damit hätte man sozusagen ein valideres Verfahren auch zur Bestimmung von sowas wie rhetorischer Wirkung. Also da ganz klar hinausgehend über den Einzeltext, identifizierend von solchen Typen Mustern. Er hat dann dafür auch so ein Modell formuliert, aber das ist auch überhaupt nicht wirklich weiter ausgearbeitet. Er sagt, es gibt eben drei Faktoren in dieser Rhetorical Transaction. Rhetorische Strategien auf der Ebene eben des Diskurses. Rhetorische Situationen, das sind eben sozusagen extralinguistische Dinge. Und es gibt dann eben Effekte auf das Publikum als Antworten auf diese Diskurse. Diese drei Konstituenten, sagt er, interagieren. Es sind also drei Elemente eben letztlich dasselben Dings einer Rhetorical Transaction. und es gibt eine Dynamik, eine Prozessualität zwischen diesen drei sozusagen Dreiecksecken. Man muss da eigentlich immer so Pfeile eintragen oder sowas. Das sind also keine starren, das ist kein starres Bezugssystem, sondern diese drei Ecken interagieren immer dynamisch. Ganz klar wird das am Ende nicht, dass es eben so ein Wurf, so eine Idee, die Black hat, das auch so ein bisschen wie der denkt. Aber entscheidend ist doch sozusagen auch hier die Idee, der rhetorische Diskurs ist eine Antwort auf Situation und diese Situation kann man sozusagen, mit denen kann man Typen bilden. Es gibt eben charakteristische Situationen, die immer wiederkehren. Und das ist ein Gedanke, der sich dann auch bei Lloyd Bitzer in The Rhetorical Situation ein paar Jahre später dann auch so findet. Ob Bitzer das von Black hat, wissen wir nicht, denn es gibt in dem Bitzer auf Satz eigentlich keine Fußnoten. Also eine intensive Forschungsdiskussion betreibt er eben nicht. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Rhetorical Criticism nach dem Neo-Aristotalismus und nach dessen Kritik durch Edwin Black 1965 war das ja, ist heute, und jetzt gucken wir in diese Einführungsbücher, eine sehr vielgestaltige pluralistische Angelegenheit. Hier kommt schon wieder das Wort vom Pluralismus, der Begriff des Pluralismus. Unterschiedliche Richtungen und Paradigmen haben sich im Grunde auch schon seit Ende der 40er Jahre, werden wir auch noch sehen im Verlauf der Vorlesung, auch parallel zum Neo-Aristotalismus und dann eben verstärkt im Kontext der New Rhetoric und anderer Strömungen der 60er und 70er Jahre herausgebildet und einiges werden wir in der Vorlesung davon auch noch hören. Ich will jetzt nur mal Ihnen zwei Bücher noch mal vorstellen, die Sie auch gerne selber zur Hand nehmen können, was ich in der Vorlesung ja nicht mache, das ist ja eine Theorievorlesung und es ist keine Methodenvorlesung. Das heißt, wir gucken halt auf die theoretischen Grundlagen, aber wir gehen nicht so weit, dass wir schauen. Jedenfalls der Text von Hockmacht war so eine Ausnahme, weil das wirklich ein Modell ist, aber ich will jetzt nicht diskutieren in der Vorlesung, wie man diese Theorien dann konkret in Analysen umsetzt. Das ist noch mal ganz anders, wäre eine ganz andere Vorlesung, sondern das ist eben eine Theorievorlesung. Aber auch diese zwei Bücher und es gibt auch mehrere so Bücher, aber jetzt mal diese zwei möchte ich Sie wenigstens aufmerksam machen, dass Sie ein bisschen sehen, welche Strömung gibt es eigentlich. Mal wieder Sonja K. Voss, unglaublich engagierte, auch, muss ich wirklich sagen, begnadete Lehrbuchschreiberin, die hatte echt ein Händchen für. Und das ist das Buch Rhetorical Criticism Exploration and Practice 2018 in fünfter Auflage erschienen. Einzelkapitel zu zehn Strömungen des Rhetorical Criticism finden sich in dem Buch. Der neoaristotelische Ansatz ist der erste, den Sie behandelt, aber dann folgen eben noch neun andere Ansätze und da gebe ich gleich ein paar Infos mehr. Zweitens auch ein Klassiker, 2018 in vierter Auflage erschienen, Modern Rhetorical Criticism von Hart, Dorton und Lavelli. Auch ein extrem praktisches Buch. Da geht es im ersten Teil um so einen systematischen Ansatz, wie macht man Rhetorical Criticism heute. Da geht es auch um Argumentationstheorie, Medien, wie analysiert man Medien, aber auch solche Dinge, die eng am Text sind, wie Wortwahl. Und im zweiten Teil werden dann ähnlich wie bei F. V. Strömung des Rhetorical Criticism vorgestellt. Ein bisschen genauer möchte ich nun auf das Buch von Sonja K. Voss eingehen. Das Buch ist ein bisschen so gemacht, es gibt zwei Einleitungskapitel und dann gibt es zehn systematische Kapitel. Da macht sie immer so Theorie-Referate, auch mit Endnoten, wo man dann auch sieht, wer sind eigentlich die entscheidenden Theoretiker. Und dann hört sie tatsächlich vor, wie geht man mit dieser Methode an ein rhetorisches Artefakt heran. Da wird in der Regel dann eine Beispielanalyse, meistens zwei Beispielanalysen, dann konkret vorgestellt. Und das Interessante an dieser Forst ist tatsächlich, wenn man die einzelnen Auflagen der Bücher anguckt, die arbeitet wahnsinnig stark an diesen Beispielen. Also die werden immer neu ausgetauscht, dass sie eben auch aktuell bleiben, dass es nicht Beispiele aus den 70ern und 80ern sind, die heute niemand mehr kennt, irgendwelche Reden von Politikern, die heute irgendwie nicht mehr bekannt sind, sondern die werden wirklich sehr immer wieder ausgetauscht und neu eingefügt. Und diese zehn Methoden stellt sie vor, ich folge hier der Auflage von 2004, weil ich die halt daheim habe, aber die Methoden bleiben gleich auch in der neueren Auflage von 18. Und sie fängt eben auch an mit dem Neo-Eastotelian Criticism und sie sagt, das ist der Genesis, also die Ursprung, die Genese des Rhetorical Criticism, der rhetorischen Kritik, ist aber auch noch eine valide Methode. Man kann Redeanalysen noch schreiben auf der Grundlage dieses Modells. Und dann sagt sie, dann gibt es eben noch weitere Cluster Criticism, da geht es um Kenneth Burke, dann etwas, das heißt Fantasy Theme Criticism, Ernest Bowman, eine wichtige Theorie von Anfang der 70er-Jahre, dann kommt der Feminismus, Feminist Criticism, dann kommt der Generic Criticism, da geht es dann eben um diese Genre Studies, Ideological Criticism, da geht es tatsächlich auch um die kritische Theorie, Horkheimer Adorno und solche Dinge, aber auch um Sachen, die wir heute so im Bereich kritische Diskursanalyse verorten würden, Metaphor Criticism, also Metaphern tatsächlich bis hin zur Conceptual Metaphor Theory von Lakehoff & Johnson, Achtens Narrative Criticism, da kommt Walter Fischer unter anderem vor, Neuntens Pentatic Criticism, da kommt wieder Kenneth Burke vor, Zehntens und deswegen habe ich da so einen kleinen Strich gemacht, etwas das nennt sich Generative Criticism, das ist im Grunde, wenn man und das beschreibt sie selber an dem deutschen Film Lola Rent von Tom Tücker, den sie irgendwann im Kino gesehen hat und war da mit Kollegen im Kino und wir haben irgendwie wussten mit dem Film nicht so richtig was anzufangen und wir dachten wir müssen diesen Film jetzt mal rhetorisch analysieren, das findet sich auch dann in dem Buch und sie sagt ja aber da passt jetzt keine der neuen Methoden so richtig, das heißt man muss eigentlich für diesen Fall eine eigene Methode sich überlegen und solche eigenen Methoden deswegen heißt es generativ weil das etwas was sich dort bildet die gehen oft aus von etwas was sie mit Roderick Hart von dem dieses zweite Buch Modern Rhetorical Criticism wesentlich stammt die gehen aus ja oft von so einer Beobachtung die man an Texten an Filmen an kulturellen Artefakten hat dass man irgendwas interessant findet neugierig wird einen irgendwas vielleicht auch irritiert und Roderick Hart nennt das die Curious Text also die Textstelle über die man stolpert quasi die man interessant findet und von der ausgehend man dann im Brunnen selber eine Methode sich zurecht zimmert und da erklärt sie auch wie sowas funktionieren kann also ein sehr sehr praktisches Buch tatsächlich jetzt gehen wir nochmal weiter zu einem anderen Buch von Bernard Brock und Robert Scott auch zwei sehr berühmte Rhetorik Theoretiker Robert Scott werden wir noch kennenlernen Methods of Rhetorical Criticism solche Bücher gibt es in den USA sehr sehr viele die sich dann mit den Methoden auseinandersetzen und das ist im Grunde eine Textsammlung also eine Sammlung von Originalarbeiten von Aufsätzen aus dem Bereich des Rhetorical Criticism solche Textsammlungen spielen ja in Seminaren in den USA eine wesentlich größere Rolle als bei uns die sind heute ein bisschen obsolet geworden weil heute diese ganzen Zeitschriften Aufsätze alle im Internet sind die ist jetzt alles digitalisiert auf den Webseiten der Verlage zu finden aber das Buch ist in erster Auflage 1972 erschienen dann 1980 und dann nochmal 1990 also ein sehr wichtiges Buch vor dem Zeitalter sozusagen der Digitalisierung und des PDFs und des Internets waren solche Bücher eben eine wichtige Quelle und was interessant ist ist ja auch immer wie werden eigentlich diese Texte zusammengestellt wie werden sie gruppiert unter welche Überschriften werden sie gebracht und in dem in der Auflage von 1972 und dann nochmal 1980 gibt es ein knappes Nachwort in dem sie sich ein bisschen überlegen was ist jetzt eigentlich passiert die 60er Jahre sind vorbei Edwin Black ist erschienen 65 der Neo-Aristotalismus ist in der Kritik die New Rhetoric ist sozusagen am dampfen es gibt eine Vielzahl von solchen Modellen und was sagen sie was passiert eigentlich dann eine Bestandsaufnahme 1971 und dann 1980 was diagnostizieren sie wie ist der Stand der Diskussion sagen ja es gibt eine Abkehr dieser Modelle eine Abkehr von dem einen Modell des Neo-Aristotelischen Rhetorical Criticism gibt auch eine Infragestellung des Modells das Modell ist als solches nicht überwunden es werden immer noch Arbeiten in dem Fahrwasser vorgelegt aber es gibt eben eine Pluralisierung der Modelle Pluralismus überhaupt dem schreiben sie einen sehr hohen Wert zu sie sagen das ist eine zentrale Eigenschaft überhaupt allen Arbeiten in den Humanities dass es pluralistische Ansätze gibt sie sagen dann und das ist für unsere Vorlesung eine wichtige Beobachtung sie sagen dann die Modelle werden heute eher aus der konkreten analytischen Arbeit also induktiv heraus entwickelt als deduktiv das heißt so eine Idee dass es ein Modell gibt der Analyse und dann wendet man das an auf einen Text also dass es eine Art Werkzeugkast gibt in den man reingreifen kann und dann die Werkzeuge zur Analyse herausgreift und dass diese Werkzeugkiste sozusagen unabhängig ist vom Gegenstand den man analysiert sagt das gibt es eigentlich heute nicht mehr so wirklich sondern die Tools zur Analyse werden eben nicht vorgängig entwickelt sondern die werden fallweise mit entwickelt und das ist tatsächlich eine sehr gute Beobachtung damit wandelt sich natürlich auch das was Theorie ist eine Theorie wird immer mehr tatsächlich an einem konkreten Gegenstand tatsächlich entwickelt an eine Rede oder an einem sonstigen rhetorischen Artefakt entwickelt der dritte Punkt ist auch sehr wichtig es gibt eine Verschiebung des Interesses in der Forschung weg von den Sprechern also von den Rednern Rednerinnen hin zu eher prozessualen Modellen der Interaktion von an Kommunikation beteiligten Instanzen und da sagt vor allem Robert L. Scott das werden wir auch noch sehen das ist ein wichtiger Aufsatz von ihm auf den er sich hier bezieht Rhetorik setzt eben auch nicht mehr so richtig auf einer vorgegebenen objektiven Realität auf sondern Rhetorik wird integraler Bestandteil der Konstitution von Realität das bedeutet natürlich auch die Frage wenn man jetzt an die Analyse von Marie Hockmuth denkt ist eigentlich so eine Trennung eines Aufsatzes in zwei Teile erstens Geschichte zweitens Rhetorik überhaupt noch möglich und Robert Scott würde sagen nein denn auch die Geschichte selber ist schon rhetorisch also auch das muss man schon rhetorisch Analysen diese Trennung dass es quasi objektive historische Tatsachen gibt und dann gibt es was rhetorisches was da aufgesetzt wird oder was dazukommt das gibt es nicht mehr also das entscheidende Stichwort lautet damit schon wieder letztlich Pluralisierung damit komme ich zum Schluss der heutigen Vorlesung wie geht es weiter werde in den kommenden Vorlesungen noch einmal zurückgehen in die Zeit auch vor dem Zweiten Weltkrieg um dann die Theoretiker also die Grundlagen sozusagen der sogenannten New Rhetoric ihnen vorzustellen das werden dann sein Evo Armstrong Richards Kenneth Burke und dann ihnen vorstellen was eigentlich daraus in den 60er Jahren gemacht wird in dem was man manchmal New Rhetoric nennt auch den Begriff werde ich versuchen ein bisschen zu kritisieren weil es eben keine monolithische Strömung tatsächlich ist und man vielleicht sich manchmal ein bisschen etwas falsches unter der New Rhetoric vorstellt keine Schule anders als die Cornell School of Rhetoric ist die New Rhetoric keine Schule keine geschlossene Schule wir haben kein Programm wie gesagt um Evo Armstrong Richards wird es gehen diese Vorlesung The Philosophy of Rhetoric von 1936 dann wird es um Kenneth Burke gehen ganz zentral und dann werden wir uns fragen müssen wie Burke rezipiert wurde die Murray Hockmoth hatte ich ihn ja gerade schon genannt auch wie stark er rezipiert wurde auch was die Natur der Rezeption von Burke ist denn ich habe da sozusagen die These dass Burke eigentlich sehr fragmentarisch nur rezipiert worden ist und das hängt natürlich natürlich auch an der Mach seiner Texte also wir werden sehen müssen wie wichtig ist der eigentlich für die Entwicklung der Rhetorik Theorie in den 60er 70er 80er Jahren so viel für heute wie immer vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bleiben Sie gesund Tschüss und bis zum nächsten bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020